Feuerio zusammen und halt doch´s Maul, das ist meine Anmoderation. Immer klaut er meine Moderation. Ja, willkommen bei 2geil-Quests, Örlichsten Arsch. Ich hoffe ihr seid damit glücklich. Ja, Anmoderation des Örlichen Arches? Ja. Hallo. Sollte man damit glücklich sein? Weiß ich nicht, er ist gemein gewesen. Wann? Gerade. Echt? Ja, zu mir, wie immer halt. Er ist zu dir böse gewesen? Er ist immer böse zu mir. Muss ich mich bei ihm bedanken, dass er nicht zu mir böse war. Danke, Erli. Bitte, gern geschehen. Ihr haltet doch zusammen, ihr seid doof. Wir halten nicht zusammen. Du bist doof. Hä? Du bist doof. Siehst du? Ich denke ihr haltet zusammen. Wir halten nicht zusammen. Du bist doof. Du bist doof. Nein, du bist doof. So, jetzt nehmen wir die Sachen schneller raus. Schön. Warte, warte, warte. Ah, haben wir vielleicht noch was hier drin? Dust. Dust, wahrhaftig. Das ist ja wunderbar. Und... So, wo haben wir denn eine Barrel, wo ich das mal reinstopfen kann? Hier. Oh, ein bisschen Clay. Das wird mir ja schon reichen. Eins, zwei, zack. Hab so die Faxen Dicke von diesem Hardnet Ofen. Warum ist der so schlecht? Ja, ich hab ein Resonant gemacht. Warum hast du auch ein Resonant Pulverizer gemacht? Hä? 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 Au! 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 Nein, lebt zu mir! Ich finde Katze-Mods viel mehr als wir. Ja, das ist halt wirklich so. So, jetzt haben wir die Red Linse schon mal. Was bringen die verschiedenen Linsen bei den Lasern? Weißt du das, Katze? Ja, das sind Foki. Bedeutet im Endeffekt, die jeweiligen Laser legen den Fokus von dem Laser auf andere Ohrs. Bedeutet, wenn du das zum Beispiel komplett mit Yellow voll machst, dann hast du eine höhere schaustige Logium Ohr zu kriegen. Ach so. Hä? Also, es ist halt wirklich nur die Farbe der Ohrs, die davon abhängig sind. Ja, die sind manchmal auch relativ unlogisch geklärt. Deswegen, einfach mal reingucken. Beispiel ist in Karmamut Pack zum Beispiel in der Konfiguration auch drin, dass die gelben Foki-Oranium Ohr mitsammeln, obwohl das grün ist. Deswegen, also kannst du dich nicht immer auf die Ohrs verlassen. Okay, das ist ja eine Aussage. Gut. Mist! Ach doch, da ist noch Clay. So. Warum sollten wir den Pulverizer eigentlich Resonant schalten? Damit Erdi glücklich ist. Damit er schneller arbeitet. Siehst du? Sag ich doch, damit Erdi glücklich ist. Aber wenn wir einen Resonant schalten, dann ist das so schnell... Und noch ein anderer Pulverizer? Warum geht das denn nicht? Hier. Mann. So. Geht doch. Hallo? Hi. Seid ihr noch da? Ihr habt nichts mehr gesagt. Ich wollte einfach nicht mehr mit dir reden. Du warst böse. Ja, klar. So, Freunde. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich habe es geschafft, dass wir... den ersten Däumchen nach oben haben. Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ich habe einen Questbaum komplett abgeschlossen. Nämlich die Assembly Line. Okay. Und dafür gab es eine legendäre Lootbag. Eine legendäre Lootbag. Und ich finde, wir sollten sie öffnen. Zusammen. Oh Gott. Das kann ja nichts Gutes heißen. Kommt her. Kommt zur Mitte der Plattform. Sofort. Moment. Moment. Wollte sie alle einmal... Hier ist kein Mensch. Ich öffne die gleich alleine, ne? Hi. Wenn ihr das nicht passiert, mach ich die alleine auch. Wenn ich dich jetzt töte, habe ich die dann nicht? Nein. So. Ihr habt Keep Inventory an. Natürlich. extra angemacht. Ali. Kommst du jetzt? Sonst mache ich sie ohne dich auch. Ja, ich komme. Ich muss die Sachen noch hier zum Ehe schmeißen. Zack. Ah. Fuck. Damit habe ich gerade falsch sortiert. So. Das kommt rein. Damit ich sicher bin. Oh. Legendäre Lootbag. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Passt mal auf. Passt mal auf. Oh Mann. Das ist... Abstand. Fischiiiis. 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 Wie kann in einer legendären bitte nur Fisch drin sein? Items. Items liebst du Fischiiis? Ja. Ich hab noch welche gefangen. Ich hab noch welche gefangen. Hier. Fang sie. Fischiiiis. Nein. Nein. Da fallen noch mehr runter. Fang da mehr. Ihr. Komm da mehr. Hör auf. Hör auf. Nein. Nicht Fischiiiis. Guck. Vielleicht sind die auf dem Bedrock da unten gelandet. Nein. Nein. Ich hab zwei gefangen. Ja, die ist ein Monster. Wäre fast gestorben, weil ich zwei gefangen habe. Oh Mann. So. Können wir jetzt vielleicht endlich in der Pleite Energetik weitermachen? Nein. Nein. Was hindert uns denn daran? Ich verstehe das nicht. Äh. Irgendwas haben wir noch nicht gemacht. Wir müssen da gewisse Dinge schaffen für. Ja. Aber. Aber. Ich meine. Guck mal. Wir haben Assembly Line. Wo ich das jetzt mit vermutet hätte. Komplett durch. Das heißt. Es kann dann nur noch irgendwie. Ich denke aber. Dadurch dass es ziemlich energiefressend ist. Wird es auch noch irgendwas mit der Power Line sein. Das kann natürlich sein. Aber Power Grid ist nur noch eine Quest offen. Und zwar für den. Culinary Generator. Und das ist der große. Das ist eine ganz schöne Nummer. Ich kann es mal probieren. Ich probiere mich mal da dran. Oder ob wir das lieber schon automatisieren. Culinary. Ich meine das scheiß Culinary Generator braucht kein Mensch. So. Haben wir alles. Und nicht. Davon brauchen wir also 8. Und davon brauchen wir auch 8. Ups. Ist die Schmelze jetzt eigentlich vergrößert? Komplett? 8 mal 8 ist 64 Stück. Ich brauche 64 hiervon. Die Schmelze vergrößert? Die ist ein bisschen vergrößert. Alter. Du bist krank. Du bist krank. Was ist? Ich sag dir du bist krank. Warum? Ich mach 64 davon. Ist nur für 100. Wir können noch höher. Ja. Er ist krank. Er ist krank. Er ist krank. Moment. Hust. Hust. Temperatur nehmen. Nein. Die Katze. Wir haben Fischi. Ja. Viel zu viel. Mal wieder. Wir haben wieder Fischi gekriegt. Ich finde das toll. Wer weiß was ich mag. Weißt du. So geile Sachen. Aber nein. Wir kriegen Fische. So. Der Laser Drill ist im Übrigen im ME. Wenn es irgendwen interessiert von euch. Hast du auch die Precharger gemacht? Ja. Einen. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So. Der Laser Drill ist im Übrigen im ME. Warum brennt so Sand. So viel. Weil wir Glas brauchen. Und zwar massig für die Crafting Rezepte. So unglaublich viel. Ja. Katze. Wir haben keinen Cobblestone im ME. Kannst du das irgendwie ändern? Äh. Ist gerade etwas schwierig. Aber ich kann einen Teil mal immer wieder rüberschaffen. Ja. Das wäre ganz nützlich. Aber ich brauche jetzt ganz schön viel. Wo ist denn das? So. Der Cobblestone steht hier vorne. Ali, was tust du? Ich habe mich verklickt. Ja. Lass mich. Ich dachte schon, du wirst hier was auf Sand bauen. Da werde ich von abgeraten bei In a Void World. So. Wo ist der Cobblestone Generator? Der Cobblestone Generator steht ja hier. Und hier unten in der Drum sind jetzt auch gerade noch ein bisschen Cobblestones drin. Können wir es nicht ins ME einfließen lassen? Wir können Storage Bar später dran anschließen. Aber das werde ich nicht auf ne Diskette speichern. Ja. Aber wirst du irgendwann müssen? Nein. Achso, ne Deep Storage Junes. Jaja. Nein. Auch nicht. Wo dann? Compact Draw und 5 Emerald Upgrades und dann hält das Ding 25 Millionen. So. Und zwar von den dann kompaktierten. Ja. Okay. Heißt ja gut. Nein. Katze Fauch. Katze Bein. Katze hat einen Knall. Genau. Das war aber nur ein kleines. Nein. So. Zack. Wunderschön. So. 64 Pistons. Glücklich. So. Findet ihr, mein Charge Pad war eine geile Idee. Was fehlt mir jetzt schon wieder? Wenn ihr nochmal betont. Kann ich, kann ich äh nicht interpretieren. Warum machst du keinen Sand mehr Items? Warum wird kein Sand mehr? Weil wir gerade Glas mehr brauchen als das was aus dem Sand rauskommt. Genau. Ja warum packst du es trotzdem nicht automatisch mit ins Sieve? Weil so läuft der Pulverizer ja voll. So. Jetzt können wir die hier bauen. Ja aber das ist so lange wie er braucht um voll zu laufen. Bis dahin habe ich die Sachen fertig gecraftet wofür ich das viele Glas brauche. Ja aber du kannst ja trotzdem einmal Transfernot anschließen oder nicht? Was fehlt denn hier immer? Joach aber das wäre jetzt gerade einfach zu viel. Wir brauchen den Orkdrawer eigentlich gar nicht. Welchen Orkdrawer brauchen wir nicht? Ja den hier wo das Sand drin ist. Weil du kannst einfach so eine Transfernot anschließen. Ja aber wir wollten das nie sieben. Wir wollten Sand ausgelagert haben um das mit benutzen zu können. Okay. Eben. Eben eben. Early. Early ist unfähig. Wenn wir das sieben wölten hättest du voll und ganz recht. Wölten? Wenn wir das sieben wölten. Oha. Da kriegst du gleich einen mit dem Mugebatscher. Haben wir das Early schon erzählt? Ich glaube ja ne? Nee. Ich glaube nicht. Weißt du noch was ein Mugebatscher ist? Der wat? Ein Mugebatscher. Ein Mugebatscher. Ein Mugebatscher. Weißt du was ein Mugebatscher ist? Ein richtig schöner Mugebatscher. Kennst du doch alle oder? Ja du auch Mugebatscher. Also ein richtig schöner Mugebatscher. Oh. Sag mal was das ist. Das ist total logisch was das ist. Ja was ist denn das? Das ist ein Mugebatscher. Alec. Ich kannte das auch nicht. Ich musste da auch durch. Es tut mir leid Early. Es ist was ganz logisches. Ich weiß immer noch nicht was es ist. Erklär es doch. Es ist ein Mugebatscher. Alec. Was soll die gerade machen? Am Mugebatscher. Weißt du was ein Mug ist? Das ist ein Mugebatscher. Schreib mir gleich wie man das Buchstabiert. Damit ich das in den Titel schreiben kann. Mit Doppel G. Der Mugebatscher. Es ist ja logisch das man das schreibt. Gern? So. Ich werde es noch ganz anders machen. Ja aber weißt du wie man das schreibt? Nein! Weißt du was es ist? Jetzt weiß ich ja wie du es schreibt. Du weißt was es ist? Weißt du was der Muge ist? Weißt du was der Muge ist? Was ist ein Muge? Jetzt komm jetzt sprich. Was ist ein Muge? Du weißt was ein Muge ist? Das ist Schwäbisch. Das ist ganz einfach. Nein ich weiß es ist mir auch egal. Leck mich da am Arsch. Ein Muge ist ein Müge. Ja. Weißt du was ein Muge ist? Eine Fliegenklatsche leck mich da am Arsch. Eine Fliegenklatsche leck mich da am Arsch. Das ist so ein bescheuertes Wort. Aber sag mir wenigstens du kennst das Nudelholz oder? Ja ich weiß was Nudelholz ist. Ja ich weiß was Nudelholz ist. Weißt du auch was ein Wellholz ist? Was? Ja danke. Ich fühl mich irgendwie wohl. Ein Wellholz. Ein Wellholz. Ein Wellholz. Was willst du von mir? Ein Wellholz. Also ich will kein Wellholz. Ich hab schon genug aber. Ein Wellholz. Leck mich. Leute. Will ich wissen wohin das ganze Zeug aus der Schmelze hin läuft? Die Kiste zum Beispiel. Aber so schnell? Achso. So schnell. Es läuft ja nicht. Das hab ich vergessen. Alles gut. Ich dachte nur gerade auf einmal. Alles weg. Bei sie bei sie. Bei sie bei sie. Bei sie bei sie. Bei sie bei sie. Nein wir beide da. Acht mal vier ist. Acht mal vier ist zwei Millionen. Acht mal vier ist 32. Warum? Wusste ich. 32 Gold brauche ich schon mal. Blöd. Was habe ich denn jetzt weggeschmissen? Aluminium habe ich hier. Irgendwie. Irgendwie gehen unsere Mats ganz schön zu Neige. Zum Beispiel haben wir Gold. Fast gar nichts mehr. Ja aber wir haben Goldblocks oder? Nee. Gib mal Gold ein MME. Da guckst du dich aber um. Jetzt gucke ich mich also auch noch um. Halt ich für ein Gericht. Ich denke schon. So. Ich hab die allernehmer vergessen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube Early hat irgendwas vergessen. Nee. Das klang nicht so. Ich glaube Early ist unfähig. Oder. Hast du mir gerade gesagt ich soll ruhig sein. Das hast du mir gar nicht zu befehlen. Die einzige die das darf ist Miri. Moment ich schreib kurz Miri auf Steam. Das ist diskriminierend. Auf Skype. Moment. Na Early fühlt sich diskriminiert. Lass das mal lieber. Nachher weint er. Soda Le Neun. Und was ist das hier? Oh nein. Warum? Oben noch vier Stück. Oh nein. Leute kriegen wir schon irgendwie es hin bedrockium zu haben. Einen Barren. Einen Barren bedrockium kriegen wir knapp hin. Einen Barren bedrockium kriegen wir knapp hin. Einen Barren bedrockium kriegen wir knapp hin, ja. Anzuschießen. Du meinst für die cobblestone meinst du. Damit wir die 60.000 cobblestone dann mit mir haben dann brauche ich eben ein bedrockium. Ich habe gesagt ich brauche ein bedrockium. Du darfst mir das nicht klauen. Wir brauchen nämlich glaube ich nur knapp 20.000. Aber ich brauche ein bedrockium. Achso. Wie kann man sich denn dir darüber beschweren? Ich wusste nicht dass er das für mich machen wollte. Was ist das? Achso. Was ist das? Jetzt haben mich gerade verwirrt. Verlaut. Ja. Ist es auch. Miri ist überhaupt nicht kooperativ. Nein Miri ist auch gerade nicht am Platz. Ach das erklärt einiges. Ist Miri nicht auf ihrem Platz? Nein sie ist nicht auf ihrem Platz. Miri auf dein Platz. Ich habe Miri gerade geschrieben sie soll bei Louis sagen also ruhig sein. Hey. So gar nicht. So geht das nicht meine ich. Können wir nicht mal eine Stahlschmelze bauen? Warum? Ich kann sie hier nicht schmelzen. Damit sie die Sachen in der Schmelze nicht vermischen. Und verautomatisch alles umwandeln können. Boah alter. Dieser Advanced Inscriber ist ja mal mega fast. Ja. Das ist er wohl. Ich mir denke wie lange ich immer für dieses scheiß festblenden brauche. Ja. Ja. Zwei. Gajaaaaa. 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 Habt ihr jetzt für mich bedrockium ore fertig? Naja aber erst wenn du was gemacht hast. Nein. Ich will das jetzt vorher genommen machen. Ich brauche nur ein Bedrockium. Ja ne dafür ist es nicht möglich. Items? Ja? So habe ich die Schmelze zu hoch gebaut. So habe ich die Schmelze zu hoch gebaut. Weil ich gerade sechs Decks am einschmelzen bin und immer die Hälfte der Schmelze im Betrieb ist. Wieso ist die dann zu hoch? Das ist doch genau richtig. Ja. Sechs Decks. Wie viel willst du bitte einschmelzen? Und vor allen Dingen haben wir gar kein Output was so schnell ist. Ja das kann ich ja noch machen. Scheiße. Das ist ja alles in der Mache. Das ist total übertrieben würde ich sagen. Nein. Denke schon. Nein. Lüge. Ich brauche mein Bedrockium. Du brauche ich gleich einen jetzt. Haben wir denn nicht ein einziges Bedrockium? Bitte. Könnt ihr euch noch daran erinnern wie wir ein Solarpanel hatten das Stufe 3 war? Was haben wir jetzt? Zwei? Ein Solarpanel das Stufe 4 ist gleich. Ja das ist doch nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. Aus was wird Aluminium Brass? Aluminium plus Zeug. Aluminium und Bronze. Wir haben auf jeden Fall jetzt 400 Aluminium Brass. 400? Ja. Warum? Nur so. Du bist ein Idiot. Nein. Hast du die Bronze verballert? Nein. Irgendwas anderes. Du bist ein Idiot. Nein. 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 Leute, die Folge ist schon wieder zu Ende. Mann! Ich wollte Bedrockium haben, vorher beende ich die Folge nicht. Ich weiß, warum wir keine Enderperlen mehr haben. Irgendwer hat eine Million Transfernotes gebaut. Achso, ja, stimmt, ich. Katze. Katze, du bist unfähig. Ist das ein Ritterschlag oder so? Nein, das ist was sehr Negatives. Ist das, was negativ ist? Weil Unfähigkeit negativ ist. Wir haben im Solarpanel, das mehr macht als dein Generator, wenn er im Betrieb ist. Von dem her, so viel zur Unfähigkeit. Ja, das hat er damit nichts zu tun. Doch, doch. Dann haben wir kein Gold mehr. Ja, wir haben nichts mehr haben. Alles verbraucht. Alles ist fort. Wart mal bitte nicht, ey. Oh. Also, das ist wirklich eine Menge Gold, die da verballert wurde. Ich weiß nicht, worin das verballert wurde. Könnte mir das jemand sagen? Es war nichts mehr in meinem E. Ich habe mir das Dust eingeschmolzen, um diese Transfernotes zu bauen. Ich habe extra Neues geholt. Ich habe nichts mehr in meinem Herzen. Aber ihr Lieben, wir beenden jetzt die Folge. Early Boy hört nämlich nicht mehr zu. Das ist doch gut. Ja, Leute. Oder hin? Bis dann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht gut. Tschüss. Miau.